und ich war hier schon mal ja die stelle wollte ich genau da war diese gruppe ladies da oben die mich vermöbeln wollte da will ich erzählen gemütlich wenn es der samuel zum ist okay eine runde pennen sehr gut damit er nach dem paar schritten kartenwechsel jetzt nicht ganz so der klingt dadurch teilweise wie so gute stimme nicht einfach karten hallo ein skelett zwei skelett drei skilett vier skilett die lassen feine das finde ich schon mal gut dankeschön geht kaputt gespellt äh gespellt gespenst ich kann aber auch nicht immer noch gegen hinterwölfe kämpfen das ist ja auch ein bisschen die wölfe sind schon böse okay jetzt sind wir alle weg die Pfeile nehme ich mit Freuden ich vergesse schon wieder meinen Kompagnen du kannst mal so mhm Tiergeist sollte ich mal beschwören ey so gut wie erledigt so gut wie erledigt wen rufen wir denn der wolf soll der schwächste sein hieß es zu mir vor meinem Mann vor die Schlange so now there is a sneak jetzt haben wir eine Kampffnudel dabei ich wollte eigentlich da oben lang so geht das? geht sowieso nicht okay ich darf den Tiergeist nicht immer vergessen ich habe extra wegen dem totem Tier Druine genommen beziehungsweise ganz speziell den totem Druinen so oh oh Kanolle jetzt 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 bereit oh jetzt habe ich drei Nahkämpfer ey ja rüste deinen nächsten Stapelkugeln aus dann geht das schon rüstet weiter eure nächsten Kugeln aus ich habe doch extra Vorwerte gekauft stellt euch nicht an oh hier hat aber auch nicht mehr so viel verdammt Pfeile habe ich bis zum Umfallen aber nicht so viel Schleuderkugeln ist halt das Problem ist die beiden keine Pfeile benutzen und keine Arme brust Pfeile kriegt man so viel ja Schlange hilf mit so das war noch ein genau zwei sind noch da wenn ich das richtig sehe jetzt nicht mehr okay das waren sie danke fürs Geld davon muss ich Schleudermunition nachkaufen aber hoffentlich nicht so ich will es eigentlich nicht so bald ich hätte vielleicht sogar noch mal welche mit dem sollen das war du naja okay da ist die Karte zu Ende da hinten ist der Bereich den ich schon kenne mit den Ladies ich bin gespannt ob wir den jetzt gewachsen sind da ist der Ausgang aus der Mine die waren irgendwo hier nicht weit davon da da sind sie hello Manera Kilka und Sila ah ja und noch eine Nummer 4 Lamala heisst du ich bin Blaugria Antwort gefälligst du keine Lügen ja nicht so Grießcreme ich werde euch meinen Namen nicht verraten boah ne das ist nicht ich könnte Lügen aber es passt nicht zu dem Charakter da die ist eigentlich so ne treu du naive deswegen sagt sie das da wir verfolgen euch schon viele Tage denn ich soll eine Nachricht überbringen ihr müsst sterben ja ja wir mischen uns in die Angelegenheiten das Eisen drohend ein bla 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 das hatten wir schon du übernimmst Magierüstung ja und der Rest greift an es liegt zwei von denen zaubern aber wer von denen war das die Geschosse zauberte steht nicht dabei hier ich weiß nicht wer es ist einer von denen zaubert magische Geschosse und deswegen war die so gefährlich das geht gar nicht so gefährlich das war mein Segen sehr gut du kümmerst dich ein bisschen um Heilung damit du nicht so viel Slider für Munition verbrauchst ja sie ist ja schon dabei so schnell ist sie halt auch wieder nicht ne eine von den Ladies ist schon tot jetzt ist sie wichtig und das ist sagen kann sie noch wirken jetzt wirken schon Eine Sekunde zu langern. Das ist so schön. Eine Sekunde zu langern. Eine Runde zu langern. Mhh. Ich das hasse. Das macht halt auch erst Sinn, den Zauber in Auftrag zu geben, wenn jemand bereits angeschlagen ist. Das ist es. Du kannst natürlich auch noch mal schlafen. So. Dann haben wir es auch hell hier und dann sieht man auch alles besser. Jetzt ist halt mein Tier natürlich weg. Äh, Tiergeist. So. Und nun. Meine Ehre ist mein Leben. So. Dann habe ich die Bußzeit schon vorher. Katze, äh nicht Katze, Schlange ist da. Mit Helms Segen. Und dann noch mal. Ladies reden. So. Und weil ihr so nervt. Und weil ihr so nervt. Machen wir die Buß. Und dann gleich mal anhören mit der Heilerei. Und du schmeißt die magische Geschosse an die Tante da hinten. Ja, die war, dass sie geschossen schmeißt. Ja, ich muss nicht den Namen merken. Lamala. Diesmal sucht sie sich nur ein anderes Ziel. Sonst war es hier noch von deiner Herr geschossen. Das fand ich nicht so cool. Ja, der Auftrag ist schon raus. Das dauert halb, bis ein Zauber gewirkt ist. Okay, das hat aber nicht viel gemacht. Oh. Herr, du hast zu viel. Oh, Leibspunkte. Und meine Schlange futsch? Nee, da ist es nicht. Sehr gut. Dafür habe ich die ganze magische Geschosse, ja. Und in meinem Tag. Minsk wird festgehalten. Das finde ich aber uncool. Meine Wügel. Das finde ich aber. Das ist uncool. Diesmal haben sie es ein bisschen auf Minsk abgesehen, habe ich das Gefühl. Ich komme nicht irgendwie an die einen, die da schon so angedurcht ist. Ja gut, das ist das Ziel verschoben. Verdammt. Irgendwie suchst der ein anderes. 900 Punkte. Finde ich so schon echt attraktiv, euch jetzt Platz zu machen. Ja, sehr gut. Leute trefft. Aber ihr teilt auch ordentlich aus. Das ist immer noch ein bisschen ouchy. Sehr schön. Zwei nur noch. Okay. Argentis. Nicht umfallen. Geht voll auf ihn los. Ei, 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 ei. Was war das nochmal? Ach, das war der Geisterhammer. Wir werden ja auch mal rufen können. Es ist glaube ich zu spät langsam. Der braucht nochmal Heilung. Naaah. Es waren schon zwei von denen. Ach, verdammt nochmal. Die Damen treiben mich in den Wahnsinn. Echt. Die treiben mich in den Wahnsinn. Ja, das kann ich noch machen. Das geht nur auf die Server. Ja, das ist um das Glauben. Geht nur auf die Server. Du hast halt leider... Naja, kannst du irgendwas? Ich kann nicht in Basaka-Wut versetzen, bin ich halt nicht so begeistert von. Tierenbezauberung bringt nichts. Meine Ehre ist mein Leben. Kannst du noch Schutzbewesen. Hülse verdicken. Kannst halt auch noch heilen. Du könntest ja selber die Hand auflegen. Nö. Du bist ja ein komischer Kauz. Pfeilen entschärfen bringt nichts. Ups. Oh no. 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 So. Ich glaube, damit ihr den De-Waff bekommen, muss ich halt leider noch in deren Nähe kommen, damit das funktioniert. Oh. Ich kann natürlich den machen. Ich kann mal den Starten. So. Hier, magische Geschosse versus magische Geschosse. Ja. Argentus ist raus. Ach, verdammt. Minsk war innerhalb von drei Ründen tot. Einen letzten Versuch war ich noch. Ich hatte sie ja einmal fast. Ich hatte sie fast. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Das war das falsche Menü. Achso. Nein, das war dumm. Ich habe ihn damit abgebogen. Das war dumm. Ich habe ihn damit abgebrochen. Oh, ist das dumm. Und nun? Habe ich ihn damit wieder abgebrochen? Ja, natürlich habe ich ihn damit wieder abgebrochen. Ich bin so blöd. erst mal die Schlemme fertig beschwören. So. Dann alle segnen. Dann mich auf die konzentrieren, die die Sachen schmeißt. Außer du. Du machst das. Weil die mit den Geschossen, die nicht abgewehrt werden können, ist die gebrochen. Du hast die Schwerheilung bekommen. Ist schon böse, was sie gerade machen. Ja, sie ist auf dem Weg zu dir. Sollte sie zumindest. Naja, mehr oder weniger. So stand. Ein bisschen derbisch. Ist die Magier und damit bald mal down? Nein, noch nicht. Die Tante, die das gefährlichste ist hier. Nein, noch nicht. Ich kann nicht mehr, aber ich weiß, dass er lieber schon ist. Ich glaube nicht. Ich muss doch trotzdem nicht mehr tun. Wie habe ich die geschafft, ey? Mir langt, ich stelle die Männer auf Fernkampf um jetzt. So. Die gehen jetzt nicht mehr in den Nahkampf. Die schießen jetzt aus der Ferne, ey. Dann stehen sie nicht mehr so tappig. Let's have a use. wie ihr wünscht und gleich mal die bach drauf die zwei legen gleich schon mal los damit hier gleich richtig meine ehre ist mein leben ihr zeugt wo ich nicht schlagen soll ok nein es wird geschossen es wird nicht geschlagen geschossen nicht geschlagen die schlagen sie hat keine Hände mit denen sie eine Schussrufe halten die schulden Und wieder so picken die sich ein Ziel raus. Das gibt's doch nicht. Bitteschön, da hast du Hilfe. Die eine ist in Panik verfallen. Ja, sehr schön. Die haut ab. Kann sie gerne tun. Die haben sich... Die picken sich immer ein raus. Das ist doch wirklich... Die gehen gleich die Heilungen aus. Ja, Argentis hält ein bisschen was aus. Mit 36 Leben. Die in Panik ignoriere ich jetzt mal, ne? Weil die ist außer Gefecht. Nein! Nein! Ich das hasse. Irgendwas, damit ich Tote erwecken kann, habe ich halt nicht. Ich habe auch keinen Trank, der das kann. Egal, was ich mache, ich tricke halt die ganze Vierergruppe. Das ist das Problem. Die Tante, die mich anspricht, ist die ganz links hinten, ne? Ich kann die nicht irgendwie auseinanderziehen. Fürchte ich. Dadurch. Ah, theoretisch schon. Folgt sie uns? Na doch nicht. Ich könnte sie theoretisch auseinanderziehen. Ich könnte sie theoretisch auseinanderziehen. Und dann sind da auch nicht... Was ist denn da angekommen? Hier hin? Okay. Das war ein Zufallsgegner. Die gehörten da nicht hin. Jawohl. Ich kann sie tatsächlich theoretisch ein bisschen auseinanderziehen. Ich probiere es ein aller. Lass das mal. Da kommt's geflogenes magische Geschoss. Moment mal, was war das? Eine Elektrizitätsexplosion. Noch schlimmer. Das war ja kein magisches Geschoss. Ach gut. Nee, war falsch. Das war kein magisches Geschoss. Noch schlimmer. Ah, okay. Ich kann sie so nicht sehen. Aber ich sehe, wo die Schlange hingeht. Und angreift. Doch nicht. Doch nicht. Die kümmern sich um die Schlange. Wenn du jetzt auf deine Herz hieß. Ach, er war nicht umgestellt. Er war nicht umgestellt. Nein, ich ignoriere die Gruppe. Ich gehe jetzt. Mir langt. Wie lange habe ich mich mit denen jetzt umgeschlagen? Ich kriege den nicht tot. Die können mich jetzt mal, die Damen. Ich gehe den Samuel jetzt wegbringen. Ja, muss ich mir merken. Die sind leider immer noch da. Ja. Die sind leider nicht umgestellt. Vielen Dank.